Oh, scheiß Bull! Nein! Oh, das gibt's doch nicht, Alter! Hier, schnell hier rin! Ach, da springt er rin! Ist klar! Gut, wie ich den jetzt gesehen hab, Alter! Höbel! Schnell zu Joe nach Hause! Null! Nein! 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 Das gibt's doch nicht! Alter, ey, ich war da! Ich war da! Sind wir die Scheiße von vorne? Ey, was?! Mein Haus! Scheiße! Das gibt's ja nicht! Warte mal, warte mal, warte mal! Mal das nicht irgendwie anders machen hier! Dass die Bullen... ...halt... ...nicht kommen! Siehste? So! So! Das ist doch bestimmt einfach! Gib doch Gas! Hallo! Ach, was?! Halt! Jetzt verfolgen die mich? Äh, was? Tütütütütüt! Tütütütütüt! Tütütütütütütüt... doch folgen noch keine Bullen du musst noch vorher wissen alle sind ja überall rote überall rot ich muss auch wollen ich habe keine kniete einstecken jetzt sind die ausgestiegen und jetzt kann ich die schnell abhängen ich war doch richtig ja ich muss jetzt halt aufpassen ich hätte mal vorher eine sagen wenn ich einfach eine abhauen muss die mal abgekündelt ist immer das immer so schwer damals schon verfolgerung von rasa aufgenommen verstanden warte lass die mal aussteigen und weg nein 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 ja Och ja. Oh, geschafft. Ich bin knackeldig. Ja, fast. Wie ist schon. Dann habe ich ein Problem. Na los, ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik, ich komme, ich komme. Grillst du neuerdings ein Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hole dir einen Drink. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich habe die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du es? Ist sehr original. Ja, was? Habe ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese Drecks verfluchten ihr. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Die wollten mich umbringen. Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den ihren Regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und, äh, hol dir was aus meinem Schrank. Also, du willst in Unterhosen den Rächer spielen? Danke. Okay. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Hey, hier ist Jim. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber du musst mir helfen. Eine Bande ihren wollte heute Nacht dein Freund umlegen. Haben sie eine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Ach, toll. Ein beknacktes Clowns-Castream. Schlimmer kann's nicht mehr kommen. Hey, du wirst größer Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist der jetzt? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wieder haben. Sowas Feines kickt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Ich, ich brauche es. Was macht das so schlecht? Ich brauche es. Was macht das so schlecht? Magazin. Holala. Das lass ich erstmal auf sich beruhen. So. 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 Die Kirche ist ja auch rosa. Immer nur Sandwich. Also diese Bude sollte man abfackeln. wenn ich sie mal abfackeln will. Visst er auch nicht alles rosa hier. alles in rosa stern drauf ich würde ich so rumlatschen kommen die machen jetzt einer frecher laufen wir hier damit rum oder noch besser dicken kampfanzug oder man sieht nichts das ist scheiße mit der kamera guckt doch hier die kann hier hier geht doch komischerweise weg aber sobald ich nach vorne gehe das ist doch scheiße mit der kamera naja ok dann los hier mit joe mit hier du fährst ne ich will nicht fahren natürlich muss ich war nicht muss immer okay in letzter zeit was von den ihren gehört ich werde das ja gerade unten in dem drecksloch ist und sich mit den ihren 1 ins fäustchen lacht fahren wir hin und kümmern uns um ihn das ist der plan sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig wir stürmen den laden die scheißen sich vor angst in die hosen guter plan gefällt mir arschlöcher facken einfach mein haus ab rick dich ab wir sind gleich da nicht genau wollen uns rächen wir werden uns rächen und das richtig hoch die telefon solle ist weg Dann kreilen wir uns, diese Ärsche. Ich habe gesagt, er ist mir entkommen. Der Palkling ist weggeladen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Mist. Du, du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Ui. Hast du Schiss, Arschloch? Gebt mir den noch. Ich hab gleich keine Munition. Mehr kannst du nicht. Los jetzt. Zack, zack. Alter. Wo ist denn der? Hä? Alter, was ist denn jetzt hier? Für den Scheiß. Hä? Hä? Wer wird sich verarschen? Aha. Jawohl. Früher oder später kriege ich dich. ุher. Tag. Ja.